Herbert Knebel Gleichsichtbrille Boah glaubste So langsam find ich mich wieder zurecht Ich war ja orientierungslos Aber nicht im Kopf Sondern bei was sich davor abspielt Ja ich hab jetzt so neue Brille Oder sagen wir mal neue Gläser Das Gestell hab ich behalten Da trenne ich mich nie von Das Gestell und ich Das ist ne Einheit Wir sind mittlerweile praktisch miteinander verwachsen Ja das musste auch der Optiker Feststellen ne das war die richtige Herausforderung für den Die musste mit drei Mann beikommen Einer hat meinen Kopf fixiert Also mich in den Schwitzkasten genommen Die anderen beiden haben gezogen Einer links einer rechts Und irgendwann hatten sie sie aber Abgetrennt aber schade eigentlich Das Gestell war so schön Eingewachsen ich konnte sogar Da mit den Kopfstand machen Auf jeden Fall hab ich jetzt auch Gleitsichtgläser Man muss dazu sagen ne starke Leserschwäche Hab ich ja schon länger Ich hab ja immer heimlich Unter der Bettdecke Josefine Mutzenbacher gelesen Mit der Taschenlampe im Mund Die Hände mussten ja frei sein Also für Für umblättern Verdirb dir nicht die Augen Sagte meine Mutter damals schon Und Hände über die Bettdecke Ja da hat sie immer so als Quatsch gesagt Sie wusste ja nicht dass ich Umblättern musste Ja und Jahre später Musste ich meiner Mutter recht geben Ich hatte mir tatsächlich Durch die Josefine Mutzenbacher Die Augen verdorben Ja und nicht nur die Augen Irgendwie war der ganze Charakter beschädigt Jedenfalls brauchte ich schon Ganz früh ne Lesebrille Weit gucken konnte ich noch gut Aber das nahm dann in den letzten Jahren auch ab Das erste Mal ist mir das so richtig aufgefallen Im Stadion Wie ich aufgesprungen bin Und dort geschrien hab Da war ich leider der Einzigste gewesen Und daneben mir sagte Setz dich hin Der war doch drüber du Blittwisch Oder die Tage Da hab ich aus dem Fenster geguckt Und sah so in einiger Entfernung Was weibliches an die Stiefel kommen Ich denk so Das ist aber ein scharfes Geschoss Und pfeif so nach sie Ja da kommt die näher Da seh ich Das ist meine eigene Frau Da war natürlich die Freude groß Als bei ihr Das ich sie angepfiffen hatte Naja und spätestens da war mir klar Jetzt brauch ich auch ne Brille für weit gucken Spitze Wenn man die eigene Frau nicht mehr erkennt Das kann ja zu kuriose Verwicklungen führen Ja da bin ich nach unseren Optikern So ein Erwin Glaser Das ist so ein Brillen und Fensterscheiben Fachgeschäft Alles rund ums Glas Da hat er mit mir so ein Sehtest gemacht Und war fröhlich von den Socken Er meinte das wäre ja ein Wunder Dass ich noch zurecht gekommen wäre Und eigentlich hätte ich schon den Hund gebraucht Und dann hat er mir ne Gleitsichtbrille verkauft Er sagt je nachdem wie sie den Kopf halten Können sie beides Nah oder fern Ja und dann Ich würd praktisch zwei Fliegen mit einer Brille schlagen Und als ich die Brille dann erst einmal auf hatte Ist mir direkt total schwindelig geworden Und ich bin noch im Optikergeschäft lang hingeschlagen Aber er meinte das ist am Anfang normal Da gewöhnen sie sich ganz schnell dran Ja und mittlerweile muss ich sagen Hab ich mich wirklich dran gewöhnt Also da tut gar nicht mehr so weh wenn ich hinfall Weisse auch schon mal so eine halbe Treppe runter stürzen Oder aus dem Bus nicht aussteigen Sondern raus fallen Dort steck ich mittlerweile alles ganz locker weg Dank meiner neuen Gläser